Hey meine lieben Zuschauer, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei einem Jahresrückblick 2016. Ja, wir schauen mal so ein bisschen zurück dieses Jahr und wir werden über Sachen reden, was auf meinen Kanal kam, was gut war, was schlecht war, was Abonnenten gemacht haben, warum sie das gemacht haben oder sie fanden es gut oder viele andere Dinge. Werd ihr jetzt erfahren. Und wer ist mit dabei heute? A4B4. Hallo A4B4. Hi. Du bist auch schon eine lange Zeit mit dabei. Weißt du auch schon, wie lange ungefähr? Ja, fast ein Jahr. Fast ein Jahr schon. Und er ist fast immer dabei und macht immer regelmäßig mit, auch privat in der Party. Wir haben immer Spaß gehabt und werden auch immer Spaß haben. War A4B4? Genau. Ja. Und wen haben wir noch mit dabei? Das ist Friedrich Racke. Hallo. Moin, moin. Hi. Und du bist auch schon lange dabei, wa? Ja. Und du bist auch immer dabei. Du hast vor kurzem auch eine PS4 geholt, vor ein paar Monaten und bist jetzt auf der PS4 umgestiegen. Und wie findest du das besser als die PS3, wa? Auf jeden Fall. Ja. Extreme Verbesserung. Besonders die Updates und alles, die Grafik. Nix kann toppen jetzt auf der Konsole. Ja. Und wir haben Grovel mit dabei. Aber er redet nicht und nie. Aber er ist immer dabei. Schon seit fast zwei Jahren. Ja, Grovel. Ja, natürlich bin ich dabei. Aber ich hab keine Lust zu reden. Äh, ja. Und tschüss. Hallo, Grovel? Okay, der hat keine Lust zu reden. Das wissen wir aber auch alle natürlich. Aber er ist immer mit dabei. Und ich hab immer einen Kampf mit ihm. Einen, äh, wie nennt man so? Eine Eins gegen Eins. Egal wo es ist. Ob es in MyCraft ist oder in GTA. Wir haben immer Spaß, Grovel. Ja. Und wir haben heute eine Spiegelliste. Die hat Grovel erstellt. Er erstellt immer die Listen. Ja. Jahr 2016. Start, äh, Startrennen. Äh, Stuntrennen. Und dann wollen wir auch beginnen. Kannst starten, mein Kollege Grovel. Super. Und er startet die Rennen. Und wir reden jetzt über das ganze Jahr, was gekommen ist. Ja. Und viel Spaß. So. Und ich such mir aber erstmal ein Auto aus. Ähm, wo ist denn der zum Torno denn? Da. Getünt. Ah, ich wollte nicht die Kleidung anziehen. Ah, ich hab mich heute hübsch gemacht eigentlich. Ah, so grässlich. So. Ja. So. Was fandet ihr denn des Jahres, was ich auf meinen Kanal gebracht hab? Gut. Wir beide. Also ich fang jetzt an, okay? Joa, kannst du gern. Also ich fand's gut, ich fand's gut, dass du irgendwie so Mut gemacht hast mit dem Hintergrund, also gut geschnitten. Dein, ähm, dein, wie heißt das jetzt? Also, Intro hast du richtig gut gemacht. Ja. Und ja. Und ja. Du hast, also du hast es, du hast es gemütlich gemacht, du hast es von fast 1,2.000 Abonnenten. Ja. Und ja. Ja, den Hintergrund, das habe ich auch so gut gemacht. So stolz auf mich. Das war auch eine lange Arbeit, diesen Hintergrund. Ja. Das merken auch richtig, dass du an den Videos so viel reinsteckst. Ich hab so gut wie keine Freizeit mehr, so, dass ich irgendwo woanders hingehe. Ich bin nur noch für YouTube, so. Das ist auch mal in den Lieblings. Ja, ist auch so. Du machst auch viel bei Minecraft, du musst dich mit der Rücken helfen, und manchmal bei GTA. Und ja. Ja, ich liebe es. Einfach. Ja, auf jeden Fall, ne? Oh, nein! Daneben. Ja, und, Fritri, was fandest du denn hier? Hm, ich fand den Charakter am Anfang. Am Ende, oder am Anfang des Videos, hast du ja immer deinen Charakter da, der ja immer so Gesten vorführt. Hm. Fand ich eigentlich ne nette Abwechslung. Auch ne schöne Idee. Ähm, was ich top fand, ist einfach dein 1.000 Abonnenten-Special. Ich hab mal richtig gemerkt, dass du halt aus jedem Video etwas rausgeschnitten hast, und... Ja, wie viele Stunden ging das? Ich glaub, 1.5 oder so, ne? 2.5. Ja, siehste? Ja. Ja. Und... Ja. Was ich mir aber wünschen würde, ist auf jeden Fall, mein Mann kommt auf dem PC. Das fehlt nämlich. Ah. Ja. Da hab ich ja wirklich sehr viel Arbeit reingestellt, mit dem 1.000 Abonnenten. Ja. Ich ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ein halbes Jahr war ich dabei. Ich hab mir immer wieder die besten Sachen rausgeschnitten. Und dann noch diese Werbung dazu, und dann noch halt, euch gezeigt, was ihr am nächsten macht. Eure Garage... Aber die Werbung ist richtig krass, der ist richtig verarscht, ey. Ja. Ja. Das Rennen ist auch gut. Kommt drauf nicht, mein Lieber. Ist ja klar, er wird immer Erster. Am besten Rennfahrer, den wir haben. Ich falle ihm mal wieder mal zurück. Ja, ist super. Da wird auf jeden Fall noch was kommen. Das nächste Spezial wird genauso sein. Mit Werbung. Mit Lachzähnen. Lach ganz viel. Ich hab schon wieder so, so viel. Ich glaub das Fünffache habe ich jetzt schon rausgeschnitten. Das nächste Spezial. Viel mehr zum Lachen. Bist du heftig? Nein. Ich falle mal runter. Nein. Ja. Und was war noch für gut? Von eurer Seite. Ah, ja. Aber ich fand es gut, dass du es so machst, dass wir jeden Tag eine Aufnahme machen. Ja. Es ist gut so, dass du es so in 10 oder 15 Minuten einfällst. Das ist richtig gut, aber da steckt ja richtig viel Arbeit unter mir. Das ist so zu schneiden. Viel Zeit. Besonders das ist toll, wa? Immer so die Zwischenszene, was vorkommt. Das ist immer schwierig. Ja. Und was ich noch sagen will. Machen am besten für den Kanal, dass du einen neuen PC aufspielen machst. Also irgendwie so vorstellst du irgendwie oder so, wie du die Findestoren so. Zum Beispiel Watch Dogs oder so. So Ballerspiele oder so, was du nicht so magst oder so. Ja. Und ja, dann bemerkst du es in dir so. Ja, ich weiß noch nicht so wie, aber keine Ahnung. Ähm, ich werde natürlich auch Minecraft auf dem PC spielen. Nicht auf PS4, aber so abwechseln und so. Ich werde dann auch zu Upgegrieved gehen nächstes Jahr. Da ein bisschen spielen. Und wir werden ja Challenges machen auf der PS4 und bei Minecraft. Ja. Und ich werde auch ganz andere Dinge bringen. Aber da seid auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Ich werde auch sowas ähnliches machen wie Sturmwaffe. Halt diese kleinen Videos, die er macht so nebenbei. Er macht, letztens hat er ein Video hochgeladen irgendwie Simulator, Bus Simulator. Ey, ich habe so gelacht, ey. So, so kleine Dinge. Dann mit Facecam und dann halt dazu das Video. Sowas mache ich dann auch. Okay. Da habe ich schon eine ganze Menge geplant. Okay, Friedrich, möchtest du jetzt hier was sagen? Ja, das kann ich machen. Ähm, genau. Die News-Videos, die habe ich ja auch angesprochen. Oder? Hab ich die? Ja, interessante Idee. Was mir gerade aufgefallen ist, oder was auch vielleicht eine gute Idee wäre. Ähm, ist das du, keine Ahnung, irgendwie so Spiele vorstellst, die du selber nicht gespielt hast. Oder, keine Ahnung, spielen würdest. Keine Ahnung, machst du ja einen Zweitkanal oder so. Und stellst halt die Spiele vor und sagst du mal, wie es an der Haut kommt. Oder, halt Dinge, wo man das kaufen kann. Keine Ahnung, auch auf Steam oder Playstation oder solchen Konsolen, PCs, das läuft. Ja, aber da weiß ich noch nicht so wirklich. Ähm, keine Ahnung, hast du vielleicht ein Beispiel, welcher YouTuber sowas macht? Sowas ähnliches? Hm, warte, ich, ich such mal kurz. Ja, such mal kurz. Schreibt mir nicht. Ja, in der Zeit. Ich meine nämlich... Ja, 4. Was fandest du denn noch gut? Ja. Also, ich fand es gut, dass richtig viele, äh, Spiele, also, die PS4-Leute, die noch dazu gekommen sind, die machen gerne mit. Zum Beispiel ein paar Freunde, die sagen auch schon, du machst gute Videos. Und ja, ähm, was ich noch sagen würde, du musst irgendwie am Ende des Videos irgendwie noch, äh, zum Beispiel, die, welche gut gemacht haben. Und die Namen so einblenden. Einblenden. Und da schreiben wir die alle mitgemacht haben. Ich werde auch nächstes Jahr, werde ich das machen, dass ich die Namen aufsage. Ende des Videos und Anfang des Videos. Ja, so, das mach ich jetzt ungefähr so. Ich hatte ja mal am Anfang von der PS3 jeden Namen immer aufgesagt und wie die dann durchgelaufen sind. Durch den Zaun oder was wir immer da gemacht haben. Hab ich auch meinen Namen aufgesagt. Das werde ich auch dann machen, aber halt nicht jede Person unbedingt. Zeigen jedenfalls die Namen aufsagen, die da bei sind. Zum Beispiel Yankee. Ja. Ja, so werde ich es dann auf jeden Fall machen. Oh, noch was. Also, äh, ich fand es richtig gut, dass du ein Minecraft geholt hast und du hast ja gesagt, dass es nicht so ein gutes Spiel ist, aber wir haben es ja, ja genau das. Und da haben es, ja, richtig viele haben ja gesagt, dass es holen wird, weil es ein richtig gutes Spiel ist. Und jetzt wird es ja auch dann super. Ja, das stimmt. Und richtig viele machen jetzt seit der Welt, ne? Weil du weißt ja, wir haben schon richtig viel darin gebaut. Richtig viel Arbeit darin gesteckt und ja, fast zwei, drei Monate darin gesessen. So, vier Monate schon, ne? Ja, genau, durchgehend, ne? Ja. Und dann, das ist aber richtig heftig, dass du in so einer Zeit so eine große Stadt gemacht hast, ne? Ja, das ist wirklich heftig. Auf manches bin ich so stolz drauf, was ich gebaut hab und wie er gebaut hat. Ja, auf jeden Fall hab ich vorher auch mal gesagt, boah, davon gehen die Augen kaputt, von sowas Pixel-Liege. Aber man gewöhnt sich dran. Und es ist wirklich geil, das Spiel. Ich hab auch so viele andere Spiele gespielt. Manche Spiele konnte ich nicht spielen wegen, ähm, Lizenzrechte, dass man sowas nicht hochladen darf. Oder wegen Musik, äh, Mafia 3, Uncharted 4, konnte ich dann alles nicht mehr hochladen. Oh, ich bin erster! Ich bin erster, Digga! Ja, ich... Ich bin erster! Digga! Ja, ich... Ne, du noch. Immer du noch. Ja. Das war gut. Digga, möchtest du mir was sagen? Friedrich? Hast du gefunden? Ja, ich hab mir schon... Ja, ich hab... Ähm, ich hab einmal einen Pixel-Connect, der macht ja auch immer so welche News. Ja. Dann... Ähm, dann hab ich noch die Vorzocker. Glauben, glaub ich, 30.000 Abonnenten jetzt kommen. Und... Und dann hab ich noch hier Gamestar. Aha, den kenn ich ja. Äh, schick mal mal die ganzen Links über WhatsApp, dann kann ich mal gucken, ein paar Videos, wie die Art so aussieht. Vielleicht kann ich da irgendwas anderes in der Art machen. Schau ich mal. Ja. Ja. Ja, genau. Weil ich muss erstmal so ein Vorbild haben. So ein... Ne Sicht. Erster! Geil! Fuck ey! Warum... Wurde Grovel nicht erster? Wo ist der? Hä? Versteh ich nicht. Sogar ich war abgelenkt. Durch ein Sprechen. Ja. Und was für, ähm... Ähm... Spiele fand ihr die nicht so gut auf meinem Kanal? Also... Ich fand es nicht so gut, äh... Wie heißt das? Mafia. Weil da hast du ja immer nur... Da hast du ja immer nur alleine so Spiele gespielt, nicht so mit Abonnenten. Und das ist... Das ist auch ein bisschen kacke, weil... Mafia... Gibt's kann man nicht überall reingehen. Ja, das ist... Ich finde das Spiel nicht so gut. Ich verschenke es auch jetzt an mich selber. Ja? Ne, an einen Zuschauer, der schon immer dabei ist. Ja? Wem verschenke ich das denn? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber das Spiel ist so gut wie verschenkt. Ich hasse dieses Spiel. Aber jemand anderes möchte es gerne haben. Ja, Friedrich? Ja, gerne. Gerne. Als Dankeschön, dass du immer dabei warst und immer freundlich mitgemacht hast. Und alles so. Guck mal, wie ich es aussehe. Schön, wa? Ich hab das Style hier. Oder mal ein bisschen mit ein anderes Hemd. Guck mal, wie ich aussehe. Ja, hier. Der Hamster hier. Der Maulwurf. Justin Bieber. Justin Bieber. Haha. Geil. Ich fahr ja mit. Ja. Und ja, das konnte ich gar nicht spielen. Mafia 3. Vielleicht nur im Scream. Aber da war irgendwo auch immer Musik. Ich hab's ausgestellt. Aber da war Musik manchmal, wenn man in den Laden reingegangen ist. Die konnte man nicht ausstellen. Das war behindert. Warum hab's auch nicht mehr gespielt. Ja, das kann auch sein wegen Radio. Ja. Ja, ich hab's ausgemacht. Aber im Laden hörst du das. Aber im Auto nicht. Dann hab ich's immer noch auf Twitch gebracht. Aber dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr. Weil immer das gleiche war. Abschlachten macht Spaß. In die Kehle rein. In ein Auge reingeschlitzt. Im Bauch. Überall. Richtig heftig war das. Hast auch richtig viel Blut gesehen. Aber es war zu dunkel auch das Spiel. Viel zu dunkel. Gut. Und. Warum? Ähm. Und Uncharted 4. Wie fand ihr das so? Uncharted 4 war nicht ganz gut. Ja, die Story war gut. Also. Ja. Aber das war so. Ist das ein Adventure Game. Noch nicht. Kann man das online spielen? Äh. Ja. Aber nur so. Ja. Nur mehr nicht. Klar. Ich bin erster. Geil. Okay. Ich hab ja diesen Bug, dass ich mal adventure spawne. Scheiße. Ja. Das ist sehr cool. Das Spiel. Aber. Ich hab's noch nicht weiter gespielt. Die Hälfte hab ich glaube schon durch. Wenn man auf Twitch. Und. Ich hab ein Citron und Dock fährt ja so gut im Schnee. Ich hab ja schon T20. Keine Ahnung. Ja. Ähm. Dann haben wir noch. Dragon Ball Genesis. Spielt das einer von euch? Glaub ich nicht. Zwei. Ne. Ich hab's auch gespielt. Aber ist nicht so mein Ding. Die Story ist nicht mein Ding. Hat viel mit Zukunft. Vergangenheit zu tun. Und. Trunks. Das mag ich nicht. Ich mach nur die richtige Story aus. Aus der Serie. So. Ich bin erster. Guck mal. Und was fandet ihr noch gut an Spiele? Was hab ich denn noch gebracht? Was gab's denn noch? Puh. Guck mal legen. Guck mal in der Playliste. Ähm. 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 Hashtag 2. Wie fandet ihr das? Wie findet ihr das? Wie findet ihr das? Erdringst du es denn noch? Ne. Das bringe ich nicht mehr. Weil. Man sieht überhaupt kein Blut. Das ist dumm. Dummes Spiel. Und dieses Hacken ist auch. Ich hab ja schon. Das Ding was. Ist genauso wie GTA halt so. Das Faden und so Klauen. Aber. Irgendwie. Irgendwo ist da. Das nicht so toll. Ja. Er backt die ganze Zeit rum. Ich hab so. Ja. Ja. Ich hab so bei Yankee immer gesehen. Weil die's respawn kann. Ich kann nicht unbedingt durch's respawn. Aber. Äh. Ich hab's ja bei Yankee gesehen. Watch Dogs. Ich fand das auch nicht so cool. Also. Das war richtig komisch. Die Fahrzeuge und so. Man müsse in GTA. Aber das ist davon ja nicht. Also falsch für GTA. Richtige Autos. Richtige Automarken benutzen. Aber so kann ja GTA angezeigt werden. So ist das an jedem Spiel. Boah. Wie der erste. Ey. Hammer geil. Ich hoffe ich komm in der Spieleliste auf den ersten Platz. Wo steh ich denn eigentlich jetzt? Ja. Ich steh glaub ich als Kletzter glaub ich. Hübsches Hemd hab ich heute an. Ist voll gemütlich. Ähm. Ähm. Ich steh auf den Spieleliste auf den ersten Platz gerade. Groffel da unter. Aha. Da. Friedrich ganz unten. Nie beendet. Ja. Ja. Ich hab hier die ganzen Links gerade geschickt. Deswegen. So. Äh. Ich glaub. Ja das war die Spieleliste. Ja. Und. Ne. Hier ist die Spieleliste. Groffel auf den ersten Platz. Mit zwölf Punkten. Ne 15. Oder was? 39. 30. Ah da am Ende. Und ich da runter. Ja. Sieht gut aus. Ja. Was haben wir denn noch? Gucken wir mal die ganze Playliste durch. Wir haben ja einmal GTA Online gebracht auf der PS4. Dann auch einmal auf der PS3. Aber auf der PS3 haben wir zwei Serien gebracht. Einmal die. Äh. Tuning Treffen. Die ganze Serie mit 228 Folgen. Mhm. Und halt das normale GTA Online. Dann hätte ich eigentlich schon. Bei PS4 sind es 348 Folgen. Und bei PS3 waren online 325. Wollen wir die Thuionen treffen? Da. 228. 228. Das sind knapp 580. 800 Folgen ungefähr. So 800, 900 Folgen. Das ist schon eine Menge, wa? Und das sind zwei Jahre. Hallo. Und das sind zwei Jahre. Ja. Das ist schon. Oh. Was steht denn da? Achso. Der Name bestimmt. Die nächste erste Folge. Der erste Folge. Ah. 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 Büro, diese 60-Platz-Garage, das fand ich am besten bis jetzt. Besonders Motorradclub. Ja, aber Motorradclub ist ja nicht mehr so. Also, wie nennt man das? Büro, kann man so sagen. Ich park schon wieder rum. Jetzt muss ich wieder stehen, dann kann ich nichts machen. Digga. Ich auch. Wenn ihr auch? Lauf runter, dann fliegst du runter und dann stirbst du. Kann man nicht. Warum kommt das? Keine Ahnung. Scheiße. In GTA war es. Das ist ja behindert. Ich glaube, wir sollten mit Kontakt machen, oder? Dann passiert das nicht immer. A4, B4 ist das schon zweimal passiert. Grauweil, mach am besten mit Kontakt. Scheißegal, ob wir uns rammen oder nicht. Nächste Runden. Ich muss nur warten die ganze Zeit, wie ich runden sind. Okay, meine. Oh, das war bestimmt so ein schönes Rennen. Ja, lieber mit Kontakt. Ich guck mal auf dein Profil, was du noch gespielt hast. Ich habe ja auch Pokémon Go gespielt. Zwei Erfolgen habe ich ja noch rausgebracht. Weil das irgendwann zu lässig war, dieses aufzunehmen auf dem Handy. Und dann musste ich das erst auf meinen zweiten Kanal hochladen, auf Privat. Dann musste ich es wieder runterladen auf meinem PC. Anders ging das nicht. Das war ein bisschen kompliziert. Ja, ich finde aber auch Pokémon Go, das ist nicht mehr so ein Hype gewesen. Ich finde das richtig geil. Ich spiele es heute immer noch. Weil es ist ein der besten Spiele überhaupt für draußen. Man hat früher es immer auf dem Gameboy gespielt. Ich habe es auf dem Gameboy gespielt, auf Gameboy Color, Gameboy Advance, Pokémon Blau, Rot, Silber, Kristall. Da habe ich gespielt, aber die ersten nur mit bis zur zweiten Generation. Dann nicht mehr. Weil war da immer wieder das Gleiche. Aber jetzt ist mal was ganz anderes. Auf dem Handy. Also man muss irgendwo hinlaufen, um die Pokémon zu holen. Oder irgendwie Pokémon. Weil nicht zu Hause sitzen. Oder in der Schule haben wir damals rumgehangen. Ja, das war cool. Aber es ist auch Geldverschwendung. Dass man sich einfach immer, wie heißt das? Ja, das muss man gar nicht, diese Punkte kaufen. Man kriegt auch Punkte. Wenn man ein Pokémon setzt in Arena, dann bekommt man ein paar Punkte immer. Ja, ich meine aber so, du brauchst ja Internet, um das zu spielen draußen. Ja, ich habe ja immer Internet. Das bezahle ich ja jahrelang immer. Ist ja nicht so, dass ich jeden Monat 10 Euro holen muss, hingeben muss und holen muss. Bei mir ist das so ein Vertrag. Das ist okay. Das nervt ein bisschen, einfach so, dass man immer wie spawnt. Ja, das nervt. Auf jeden Fall. Was habt ihr denn gemacht? Ja, nichts mehr können wir nicht machen. Läuft die Zeit schon ab? Wir sind nur zwei Leute ja 21 Sekunden. Ja, dann habe ich noch GTA 5 auf den PC gespielt, Mods eingesetzt. Wie fandet ihr das? Kann man das weiterhin bringen oder? Kennst du, ich fand das richtig gut. Ja, besonders das schnelle Fahren, Explodieren, Meteoriten. Das war richtig krass. Aber mein PC ist immer abgeschmiert. Deswegen. Das war behindert. Da kann man nur so immer kleine Sachen bringen, so ein paar Minuten. Aber das sind manche Sachen richtig geil. Aber wenn ich so große Mods installiere, schmiert der ab dann halt nicht der PC, der halt das Spiel. Weil ich nicht so einen guten Rechner habe. Ich habe einen guten, aber es reicht nicht für GTA. Muss man schon 1200 ausgeben oder so für einen Rechner, für das, wo GTA spielen kannst. Ganz vernünftig. Oder so. Jerome, Chris, hallo Leute. Willkommen. Grovel auf den ersten Platz. Ah, der hat schon über 20 Punkte mehr. 24 Punkte mehr. Scheiße, ey. Muss ich gleich einholen, langsam. Bei mir war jetzt der Bug schon dreimal. Guck. Ja. Ja, erst 12 und dann 0, 0, 0. Und wie fandest du das, Friedrich, mit PC? Wie geht hier? Ja. War eigentlich nichts für mich. Für mich nicht sehr spannend. Schließen mich auch bestimmt ein, äh, mit. Was war ich da? Ja. Ja, für mich war es eher nichts. Jo. Er hat auch dauernd genervt. Immer wieder ein Neustart in das Spiel. Aber war interessant, diese Mods zu testen. Das war richtig. Ja. Dann hatte ich auch noch, ähm, eure Fragen, meine Antwort. Wie fandest du das auf meinem Kanal? Ja. 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 Gut. Ja. 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 政endに字幕を見ていますか Nein! Komisch. Ich finde das richtig cool, dieses Spiel. Ohne schießen, Leute. So, doch, an der Seite geht's. Du musst rüber springen. Ich nehme einfach auf eine Straße und Auto. Haben wir euch auch noch Videos gebracht von unsere Welt in Minecraft, was wir gebaut haben. Jetzt bringen wir mal jetzt... Ah, Leute. Tschüss. Ah. Warum geht's nicht? Ah, nee. Schade. F-f-f-f-f-f. Aber bei mir seht ich komisch. Ja. Und wie fandet ihr die Trolling-Videos? Wie viele Videos? Gut, aber du hast ja so gemacht, dass du sich ja abgesprochen hast, dass irgendwie so trollt oder so, ne? Ja. Ah, nicht immer, nicht immer. Manchmal wussten ihr das nicht. Aber bei jetzt zwei Videos. Du musst es mal so... Du musst es mal so machen, dass du einfach in eine Welt gehst, ne? Irgendwie so... Ne, also so zum Beispiel, dass du... äh, AFK gehst. Also ich geh kurz essen, machst du nicht einfach so unsichtbar und krankst um die manchen. Ob. Als ob. Und wenn ich in eine fremde Welt gegangen bin, dann... konnte ich nie abbauen. Und nicht in jeder Welt konnte ich das machen. Ist schade. Wäre ja schön, wenn ich irgendwo mich da... Ah, ist schon vorbei das Rennen. Wobei ein anderes reingehe, von fremden, aber das geht ja nicht. Und dann abbauen. Ist schade. Aber ich könnte, äh, mir was sammeln. Und dann die Stadt... Oder ein Haus auf. Naja. Da kommt aber in Zukunft noch etwas. Wie findest du das, ähm, Friedrich? So auch unterhaltsam? Oder... Welches Thema jetzt? Äh, Trolling-Videos. Zehn Stück hab ich gewonnen. Ach. Ja, da hab ich... Da hab ich AFI B4 auch zugestimmt. Genau. Das... Ja. Ja. Ohne Absprache wär's viel besser. Ja, aber ich hab ja nicht bei jedem eine Absprache gemacht. Ja, ein bisschen nachher hast du aber gemerkt, dass die das nicht so wahrgenommen haben oder so. Außer bei einem Video, glaub ich. Ich weiß aber nicht bei wem. Da war das schon ziemlich lustig. Ist aber ziemlich gut geworden. Besonders immer die Zandmails. Ja, ja. Die Zandmails haben sich immer entwickelt. Bei jedes... Bei jede Serie immer. Oder? Was fandet ihr so die besten Zandmails, die ich gemacht hab? Wie Zandmails? Also wie meinst du das? Das Bild auf dem Video drauf. Ach so. Ach ja. Zum Beispiel bei Minecraft. Wir hatten ja so ein Interview, kann man sagen. Wo du ja diese Map hast, wo du äh, so verschiedene Sachen machst. Also da, wo du diese grüne Wände hast. Weißt du, welche ich meinte? Ja. Ja. Und ähm, zum Beispiel da bei Minecraft hatten wir so äh, so schwule Outfits, kann man so sagen, angezogen. Und haben, haben wir so verschiedene Posen gemacht. Und Minecraft, diese äh, diesen Hintergrund, den machte ich richtig. Ja? Cool. Ja. War ein bisschen aufwendig, aber... Ich hab davon. Ja, da hab ich immer richtig viel Arbeit reingesteckt. Immer wieder was Neues gelernt. Immer geguckt, wie man sowas macht. Es ist schwierig. Man kann nicht alles auf einmal lernen. Und nicht wissen, wie, was funktioniert. Wo man sowas findet. Weil das, darauf bist du selber, ähm... 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 Beleignet. Beleignet. Ja, ist nicht, glaub ich, das Wort dafür. Du musst selber drauf kommen. Sagen wir es so. Das kommt... Da sagt niemand. Du musst das so machen. Oder das geht so. Ach, das Rennen hat schon begonnen. Ja, ich hab grad auf seinen Kanal geguckt. Ach. Ich glaube, mir wackelt es wieder rum. Ja, es wackelt mir wieder bei uns. Vielleicht muss er einmal ganz kurz verlassen und da reinkommen. In der Party. Oder in das Rennen. Ja, das Rennen eher. Und wieder Erster. Und... Yeah. Geil. Drittmal Erster. Ja. Ich guck... Ich guck... Ich guck... Ich suche eine neue Zunge, komm ich nicht wieder. Ja. Ja, dann hatte ich ja auch mal, äh... PS3. Robwürfel. Ne, das hab ich geschlossen. Ist sowieso voll ja auch geschlossen. Dann hab ich so eine Serie gebracht. Eins gegen eins. Zwei Folgen. Aber das... Fand ich dann irgendwie so langweilig. Das könnte man vielleicht in eine Serie mit reinbringen. Oder das Auto-Magazin. Wie fand ihr das? Vier Folgen hab ich mal gemacht. Aber meinst du da, wo du die Auto zeigtst oder was? Und darüber rede, wie gut die sind. So schlechte Autos wie. Ach so, ja da... Wo du gesagt hast, wie viel die kosten oder so. Ja. Wie meinst du das dann? Äh... Ja, ich fand's doch viel. Ja, die ist mit dem, ähm... Regina, Yoda und so. Ja. Ja, das fand ich auch gut. Aber das ist... Zu viel Arbeit gewesen. Das hab ich jetzt auch nicht mehr gebracht. Sowas Kleines bring ich jetzt immer in den Spezialvideos. So welche Werbung. Da nebenbei. Und, Friedrich? Kannst du die Videos? Automagazin? Aber ich fand die auch interessant. Das mit 55 Nase, weißt du? Ja, 55 Nase. Aber ich fand King of Friends. AFA hat das immer nicht. Das war das eigentlich das Highlight. Hörgrabbel. Ne, wer? Den guck ich zu. Chris fand das auch gut. Ah sowas bring ich nur noch Abonnenten Spezial aus. Aber dann auch nicht nur Autos, auch andere Dinge. Waschmaschine oder so. Was ich finde. Wie fandet ihr die Werbung? 1000 Abonnenten hier. Du musst den Warweit machen, Chris. Was? Welche Werbung fandet ihr am besten? 1000 Abonnenten. Was ich da präsentierte. A4. Okay. Äh. Was für. Die Werbung für 1000 Abonnenten Video. Welche fandet ihr am besten? Was ich habe ich gut verkauft? Ich habe eine Waschmaschine verkauft. Ich habe ein paar Autos verkauft. Eine Reise verkauft. Ein Zeltplatz. Eine Buchung. Ja. Noch vieles mehr. Also ich habe ein Zelt. Das ist eigentlich alles gut. Also. War eigentlich jede Werbung ganz gut, wa? Friedrich auch, oder? Ja. 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 Ja, doch schon. Ich habe mir das Video dann zweimal angecode. Ich glaube letzte Woche auch noch. Ja. Cool. Ja, ich finde jetzt auch. Ja, das hast du nämlich in einem Video verlinkt. Das hast du nämlich irgendwie in einem letzten Video verlinkt oder so. Ne, ich verlinke das in jedem Video. Am Ende des Videos. Die, das kann man ja jetzt so einstellen seit einem Monat oder so. Ähm. Die letzten 20 Sekunden kommen dann hier vier Videos, die ich zeigen kann. Ja. Und halt, dass man mich abonnieren kann. Ja. 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 Auf jeden Fall habe ich es mir nicht mal angeguckt. Hm. So. Was haben wir denn noch hier? Und jetzt kommen wir zum Besten. Die GTA-Filme. Fünf. Ja, vier Filme. Vier Filme. Vier Filme und halt ein Thriller bis jetzt. Ne, zwei Thriller habe ich gemacht. Drei Filme. Der vierte kommt ja. Wie fandet ihr die Filme? Wie fandet ihr den ersten Film? Ich, also ich finde den ganz gut, aber in dem Film steckt ja richtig viel Arbeit, ne? Du brauchst ja für diesen Film, also schon einen Monat dafür. Genau. Um diese Sicht zu machen, diese Sprachblasen in dir heißen. Ja, genau. Aber im ersten Teil hatte ich ja noch nicht. Sprachblasen gemacht. Sprachblasen. Sprachblasen. Ja. Im zweiten war es gleich. Ich bin erst da. Ah, jetzt bin ich ja drin. Ich bin jetzt... Hä, wieso bin ich jetzt da? Graubel ist nicht da. Graubel, warte. Graubel ist rausgeflogen. Ja. Party, ich kann die einladen. Auf was soll ich machen? Also Rundanzahl mach ich ein, okay? Party, Party, Party beitreten, genau. Koppel. Also wieder kein Kontakt. Ist er noch an der Party drin? Ja. Ja. Ja, wo war ich denn den ersten Teil des Films? Ja. Aber die Serie generell, die Filme waren gut, wa? Ja. Steckt richtig Geschichte dahinter. Diese Arbeit immer. Sprechblasen. Ah, das ist so eine Arbeit, die ich spreche. Ja, aber das ist auch... Also wo wir es ja versucht haben, mal so in den Aufnahmen zu machen, also die Aufnahmen zu machen, das war schwer das hinzubekommen, weil alle nicht so richtig zugehört haben und die rumgeschossen. Du änderst dich darauf an diesen Wohnwagen und diesen Lkw-Aufnahmen. Ja, und dann kam es darauf, dass ich die Editor vorbereiten kann. Ja. Also alles schon mal platzieren kann und so. Das war gut. Vierten Teil, fünften Teil, was noch kommt dann. Ja. Aber die Geschichte mit Bakura, die ist richtig interessant, oder? So? Wie er das überlebt und wie er das macht, wie er stark ist und da ist. Und Friedrich? Ja, das stimmt eigentlich nur zu. Im Allgemeinen finde ich ja die Videos, äh, die Filme, genau. Finde ich klasse. Nur, ich glaube, am dritten und am vierten. Ja, es war aber was Neues, was ganz anderes, was nicht viele Kulturen hat. Und dann laufendes Bild. Ja, aber dann würde ich... Ja. Das gab es auch eigentlich sogar noch gar nicht. Aber irgendwann werde ich so ein Remake machen. Vielleicht bei 100.000 Abonnenten. Und wenn ich mehrere Leute habe, Freunde, die halt, äh, zu mir kommen, mit aufnehmen, oder so. Und dann verschiedene Stimmen haben, dann werden wir da... Die Filme noch... Die sind ja schon gemacht, aber die Sprechblasen kommen raus. Und dann kommt, äh, Stimme da rein. Zuerst. Ja. Da wird... Wird das auch genau? Dann wird auch ein bisschen mehr gesagt, aber auch wieder die gleiche Geschichte. Dann hat man das einmal in Sprechblasen und einmal in Sprechen. Was ist das denn? Ja, das dachte ich auch so. Weil das... Das wäre viel besser, dass irgendwie, also... Welche Spieler vielleicht, dass die, äh, die auch da mitmachen können, dann selber da mitreden. Dann sagst du irgendwie, was die sagen sollen. Und ja, dass irgendwie so keiner filmt wird. Also... So ein Theater kann man... Genau das... Das mit Sprechen, das kommt noch. Ja. Das habe ich geplant. Für... Vielleicht zu... 100.000 Sprechblasen Spezial kommen alle Filme hintereinander weg. Und dann halt, wenn ich mehrere Leute habe, sprechen wir das dann. Aber ich will das nicht übers Internet machen, weil halt die nicht ein gutes... Mikrofon haben. Das muss dann auch schon perfekt sein. Zum Beispiel. Zum Beispiel Zeddy auch so. Aber die Geschichte generell ist ziemlich gut. Ja. Wie Bakura die Weltwirtschaft an sich reißt und dann noch die Dark Fighters kommen. Aber im vierten Teil, äh, dritten Teil haben sie ja verloren die Dark Fighters. Und... Wurde kontrolliert von... Von der... Von der... Von der Kontrolle. Von der... Von der... Von der... Von der... Von der... Von der... Sehr komisch, irgendwie schadet das hier nicht. Ich weiß nicht. Ich fahre gerade nicht zu schnell. Und wie fandet ihr eigentlich die Minispiele bei Minecraft? Da habe ich auch ein paar gebracht. Also, ich habe ja diesen Film noch angeguckt. Also ich fand es gut, dass er immer gelacht und runtergefallen ist. Also nicht immer, aber das haben ja alle mitgemacht. Ich weiß nicht genau, aber bei einem aufnehmen war ja voll, ne? Also genau acht Spiele, Minispiele. Also, wo man die Schafe benutzen muss und dann abbauen muss. Aber ich fand es richtig cool, also müssen es mehr mit Minispiele gehen. Also machen wir so PvP also. Zum Beispiel bei Minecraft gibt es ja so einen Modus, ja? Also irgendwie Kampf oder Sturz oder so, wie es heißt. Und das musst du irgendwie mehr rausbringen auf deinem Kanal. Oh, 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 oh. Nun können wir auch machen. Was scheint gerade jetzt zu kommen. Das weiß ich langsam, wie das funktioniert. Ja. Das ist immer nur nicht so gut. Das ist halt verlassen. Und schließlich ist es richtig schwer zu fahren. Ja. Ja, der Anfang ist schwierig. Der ist schwierig, der Anfang. Okay, ja. Und was für Spiele hast du jetzt noch geplant? Ähm, Red Redemption. Red Redemption, ja. Auch von Rockstar. Genau. Ja. Ja, ich habe auch schon den ersten Teil gespielt. Und ja, der war einfach super. Da glaube ich, ich habe mir erst mal GTA 5 geholt. Und irgendwie ein Jahr später dann Red Red Redemption. Und ich fand sogar Red Red Redemption mit der Geschichte besser als GTA 5. Hat mich mega gefällt. Und der Online-Modus? Äh, Online-Modus war ich schon zu spät dran. Denn es war eigentlich keiner. Keiner mehr online. Ich war trotzdem ja noch die Playstation 3, ne. Und es gab ja schon die Playstation 4. Also waren richtig viele Online-Modus zur Zeit. Der Online-Modus ging ja halt so wie GTA 5 Deathmatch. Waffen, die ließen sich nicht so steuern. Okay. Ja, die Technik ist ja auch ein bisschen die jetzt weiter. Ja, genau. Die ist älter. Ja, genau. Aber... Es gibt ja glaube ich schon eine Remaster-Werde-Sonderspresse. Hier. Aber die hole ich mir nicht. Oder auch nicht. Aber auch nicht. Mal war noch nicht. Fast. Er ist ja nicht so weit, der Oberarbeit. Ja, bis Herbst, ne. So. So. Puh. Jetzt aber. Oh, sonst bleibe ich erstmal bei GTA. Ja. Ich schaff den nicht. Ja. Aber auch natürlich bei Minecraft. Nein. Nein, ich schaff den nicht. Ah, ne. Diese Runde nicht. Ich schaff den nicht. Ich schaff den nicht. Ich schaff den nicht. Toll, ey. Tolle Kacke. Ob der Scorfer wieder einholt? Ja. So. Die Playliste sind wir einmal durchgegangen. Und den Banner fandet ihr auch ziemlich gut. Und das Spielbild und so, ne. Hat sich auch sehr viel verändert. Ich hatte ja immer wieder was Neues gemacht. jedes halbe Jahr. Ne Leute? Ja. Jaja. Okay. Und. Die Spezialvideos. Ich hatte ja ne Menge verschiedene Spezialvideos. Schauen wir mal drauf. Ich schau mal. Können wir darüber gleich ein bisschen reden. So. Aha. Haben wir auf den ersten Platz. Okay. Ich bin jetzt auf den Spezialvideos. Ja. Und das erste Spezial hatten wir ja mit 100 Abonnenten. Spezial. Ja. Das war halt der Anfang, wo ich noch nicht so viel wusste. Und das erste Intro war ja auch behindert. Kennt ihr noch das erste Intro? Also ich so nicht. Also ich war ja ein bisschen später dabei. Ja. Erste Intro war schon. Ja. Aber das zweite. Das was ich jetzt hab. Das war richtig geil. Passt auch dazu. Wie findet ihr eigentlich das Intro? Passt das wirklich dazu? Ja. Also ich kenn das auch schon von so einem YouTuber. Also wo so eine Munition, wie man es nennt, rauskommt von so einem YouTuber. Da ist Mickey Blue. Und er hat auch genau fast so ein Intro wie du. Aber du hast ihn nur viel besser. Achso. Ja ja. Natürlich. Hat sich auch immer nach einer Zeit verbessert. Ich verbessere selbst das Intro. Ich lass mir keine Intros machen. Ich erstelle alles selber. Irgendwann kommt noch ein anderes Intro. Aber mit Animation. Aber das muss ich mir selber erstellen lassen. Weil das muss von ein Anime-Animation erstellt werden. Ein Intro. Achso. Da hab ich so ne kleine Vorstellung. Ja dann hatten wir ja das. Danach eine zweite Folge. So. Die 1000 Aufrufe auf ein Video. Das war ja die Folge 19. 1000 Aufrufe. Aber jetzt hat es schon 13.000 Aufrufe. Ein Video. Richtig heftig. Oh zwei Runden. Ja. Ein Video. So viel ausgedrückt. 11. Richtig. Und 4. Aber wie kommen die eigentlich auf dieses Video? Das verstehe ich nicht. Immer wieder. Ja. Du brauchst ja auch schon. Du brauchst ja auch schon. Du brauchst ja auch von. Ja hab ich gesehen. Auf der PS3 warst du. Ja. Ja. Habst du irgendein Video gemacht. Da hast du nicht. 100 oder 200 Likes gehabt. Ja. Keine Ahnung. Wie das jetzt funktioniert. Aber das ist das meist gesehene Video. Ich müsste eigentlich auch schon so viele Abonnenten haben. Eigentlich. Wenn man so nachdenkt. Sehr cool. Die reinstehenden YouTuber. Die haben nur so 5000 Abonnenten. Da haben die auf ein Video fast eine Million Aufrufe. Aber nicht so viele Abonnenten. Ja. Wenn die auch so viele Aufrufe bekommen. Dann bekommen die so viele Plicks. Dann verdienen die auch wirklich viel Cash. Aber man. Ja. 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 Das 500 Abonenntenspezial hatten auch. Ich traue noch nicht so perfekt. Ein 500 Abonnentenspezial war das. Eine beste. Ich glaube. Ja da war ich. Ja da war ich. Ja da war ich auch mal gewesen. Bei einem Freund. Ja. Ich weiß immer genau wie der yest. Wie der EJ bezahlt. Aber er hat ja auch. Und er hat auch damit gemacht. Weil er. Ja. Ihr seid jetzt nicht mehr dabei. Weil er selber noch PS3 spielt. Ja. Ja. Er hätte mir selber gesagt, er wurde aus der Kurhe auch entfernt, weil er jetzt ein PS4-Spieler ist. Schön, jetzt häng ich hier schon wieder. Schön, jetzt häng ich hier schon wieder. Ja, mit Kontakt ist besser, dann respawn bin ich immer so behindert. Ja, auf der PS3, da hatte ich ja, keine Ahnung, warum er rausgegangen ist oder er holt sich keine PS4, keine Ahnung. Ja. Du auch? Quiz? Ach. Guck mal, abwarten. Ey, das ist so ein schönes Rennen mal wieder. Behindert. Rockstar ist behindert. Sieht man ja. Ja, und danach kam... Dieser Bug ist jetzt nur... Was, der Bug? Also, dieser Bug, der ist jetzt nur, glaube ich, wegen diesem Inport-Export-Update. Ich hatte es noch nie gehabt. Ja, ich hatte es ja schon öfters gehabt. Ja. Und dann kam ja das erste Info-Regel-Video raus. Das erste. Ich hatte ja noch eins mit Menelik. Eine René. Nee, 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 nee. Das war ja der... Schacki. Und dann habe ich eins gemacht mit René. Das Info-Regel-Video. Ja. Ja. Wie gut fandst du dir das Info-Regel-Video? Wie kommt das an? Also ganz... Also ich... Also... Ankommen ist für mich ganz gut. Ich habe ja richtig viele Freunde, die ja auch nicht PS4 haben. Und da haben... die ich hier geguckt und jetzt ist ja auch eine Crew, das weißt du ja. Und ja. Auf jeden Fall ist das alles gut gemacht. So sind die Regeln da. Wie, was man machen muss. Und, Friedrich? Bei dir? Äh... Müsste ich mir nochmal angucken, aber... Ja, alles positiv bei mir. Alles positiv. Okay. Bei diesen Themen. Ja. Und beim Video, so komme ich in der Crew, in der Lobby besser rein. Habe ich auch nochmal ein Video dazu gemacht, für manche Lappenleute, die wissen nicht, wie man reinkommt. Habe ich das extra, das Video erstellt. Manche, du meinst also über die Party, ne? Ja. Äh... Auch in die Lobby. Wenn man... Dann kann man ja über Freunde beitreten, halt... Wir sind ja nicht... Über Freunde auch nur Party. Wenn wir aufnehmen. Ja. Als unter Freunde. Da beitreten. Ach, meinst du, die sind so blöd. Kriegen das nicht hin. Lade mich ein. Lade mich ein. Ich lade nicht ein. Die müssen selber reinkommen. Dann kommen sie auch nicht bei Yankee rein. Da müssen die Videos vernünftig gucken. Richtig zu Ende gucken. So, fahrt ihr mal durchs Rennen? Wie viele sind denn jetzt durchs Rennen gefahren? Keine Ahnung. Ja, ich bin durch. Gut. Ähm... Jetzt. So. Und... Dann hab ich das gebracht. Das mit PSN Social Name Video. Ja. Das mit Hashtag Q und dann PSN Name in der Videobeschreibung schreiben. Äh... Kommentaren schreiben. Das wird dann auch gut geworden, wa? Mhm. Ja. So wissen die, wie man reinkommt. Weil sonst hatte ich immer Leute gehabt, die auf der PSN drauf waren, aber nie mitgemacht haben. Und dann nicht vernünftig mitgemacht haben. Wenn man so ein Video macht, dann schreiben die das auch da rein. Dann wollen sie auch vernünftig mitmachen. Dann wollen sie auch mitmachen. Aber wenn sie nur adden wollen, dann gibt's nur Scheiße. Ist ja auch natürlich viel besser geworden. Dadurch, dass ich das Video gemacht hab. Und Bakura Styling Video hab ich auch nochmal gemacht. Dass sie sich das anschauen können, wie Bakura aussieht. Ja. Ja, 4. Ja. Aber... Bei mir finde ich das irgendwie ganz komisch bei Bakura. Ich kann's schon auswendig merken. Ja. Also ich kenne es komplett auswendig, wie es ist. Ja. Ja. Und viele anderen auch. Wenn man Bakura jeden Tag schon sieht. sehr gut. Adieu. Ah, jetzt kommt die Spieleliste hier. 47 Punkten. Ich dahinter mit 45. Sehr gut. Und Jerome dahinter. Grovel ist wieder unten. Aber der holt uns schon wieder auf. Grovel. Nelo! Grovel. Meister. Grovel. So. Und dann hab ich noch ein Gewinnspiel gemacht. So, dass man was gewinnen kann. Abonnent das Woche. Kanal der Woche. Wenn man will, kann man das machen. Eine Art für euch. Ich mach Punkt zu Punkt. Genau. Ich starte, ne? Ja. Und jetzt beim Gewinnspiel, was ich immer mach, das werde ich nochmal verändern. Das Video. Aber das ist schon mal gut für die Abonnenten, dass sie auch was machen können und gewinnen können, ne? Oder Leute? Ja. Ja, definitiv. Achso. Ah, jetzt kommen wir zu den Abonnenten. Manche Abonnenten kommen einfach auf den Kanal drauf und... Abonnenten. Ja. Wo ist das Ding? Bust du nicht? Das macht irgendwas? Ja. Ja. Manche Leute kommen einfach drauf und abonnieren. Weiß nicht nur am Schauen. Die Videos anders aus, das ist schön. Oder gibst Leute. Und dann geben die auch noch Mal. Oder gibst Leute. Für nicht anschauen. Oder gibst Leute. Aber die abonnieren auch einfach nur, um die zu verfolgen und die zu sagen, du bist scheiße oder so. Aber hat auch keinen Sinn dahinter. Nee, das kann doch nicht sein. Julia? Das ist doch behindert. Ich darf nicht respawnen. Doch, jetzt habe ich Auto. Auto ich haben. Weil ich sterbe. Äh, gestorben. Das ist gut. Einfach runterfallen. Ja, wenn du kein Auto hast, respawn einfach, dann muss ich malen. Ich finde, wenn man jemanden abonniert, dann muss man auch die Videos schauen. Nicht so einfach im Kanal. Und nicht einfach jeden abonnieren. Wenn du 100.000 Leute abonnierst, oder 100 Leute, dann weißt du, du musst, ähm, du solltest auch dann abonnieren, wenn du dir sicher bist. Wenn du die Videos auch schaust. Nicht so einfach, ach, den habe ich abonniert, nur weil ich ihnen einen Gefallen getan habe. So läuft das ja nicht gut. Das tut ja auch nicht. Eula abonniert, um jemandem zu helfen. Das geht nicht. Nerv hier? Ja. Ja, jetzt muss ich eben nicht unterschreiben. Selbstmord machen. Also, ich will, komm ich ganz gut hier gerade. Ja, für mich läuft es gut, gerade. Aber richtig viele YouTuber, die machen ja auch nur YouTube, äh, für, für Geld oder so, oder, dass sie Spaß haben. Ja, ich habe ja auch meinen Spaß angehört. Sonst will ich das ja nicht machen. Nicht nur wegen Geld oder wegen Geld. Weil halt, ich schon früher würde es gehen, aber nicht hochgeladen. Das bearbeiten macht ja auch nur Spaß. Ich brauch viel mehr, also gibt es viele mal einfach nur YouTube, das in der Sprache, als es nur hier ist, um Geld zu vergeben, um zu arbeiten. Ja, das so ist es. So ist es. So denke ich auch, dass sie das machen. Oh, was ist das für eine Kugel, oder? Okay, ich verstehe nicht, was man in der Kugel machen muss. Keine Ahnung. Äh, äh. Ich ziehe nämlich auch gar nichts. Äh, ich muss mich in der Kugel machen. Keine Ahnung. Ich bin noch nicht so alt. Kann also nur nicht sagen. Ich bin voll gegen Rang gefahren. Ähm, weil er nicht so klein war, weil er nicht so klein war, dass er nicht so klein war. Okay, jetzt darf ich wieder. Fahr mich mal um, richtig doll. Ach, toll, er hört mich nicht. Ja, muss sie ertrinken. Scheiße. Richtig komisch, ein Punkt. Ich bekomme den Punkt, Garni. Tolle Scheiße. Aber jedenfalls, äh, kann ich das Rennen fahren. Das ist gut. Immer mit Kontakt machen. Äh. Also ich versuche hier mir das Rennen. Ja, Kontakt. Also ich versuche hier einen schnellen. Ich finde ihn komisch, ja richtig komisch. Wenn ich gleich sehen. Selbstmacht. Ja, was ist denn? Ich bin mir richtig schön. Ich bin mir gerne mal. Mann, wenn ich hier mit dem Biss. So, schaffe ich das? Ja. Ich war stürm. Da bin ich gerade. Hey, irgendjemand tötet. Wer denn? Der Ahaga, ich lösche den vielleicht irgendwo. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Der ist endlich in der Fall. Ja, aber der tötet. Ich habe die Kugel richtig komisch. Ja, ich gehe mir auf so. Ja, zu verschiedenen Punkten. Ja, wir müssen die Kugel in verschiedenen Punkten reinkommen. Und das Ziel ist da oben, also in so einem Lock drin. Nein, ich wollte das Rennen noch zu Ende fahren. Oh, grau, weil das machen wir eines Tages normal, ne? Das Rennen. Ich würde das gerne sehen, wie das so ist. Viele Rennen waren gut. Ich konnte viele nicht zu Ende fahren. Wegen diesem Bug. Das war eine schöne... Ich bin weit nach unten gefallen. Oh, Jerome ist nach oben. Friedrich, du bist auch ziemlich weit nach oben. Ja, ich weiß aber auch nicht, wieso. Ich weiß aber auch nicht, wieso. Wie oft bist du Erster geworden? Oder Zweiter? Gar nicht. Ich war niemals Zweiter. Thema via GTA, aber ich starte einfach, ne? Ja, mach das. Ja, aber was gab es denn noch auf meinem Kanal? Was war gut, schlecht, was konnte... Worüber konnte man noch reden? Hm. Ich muss mir das überlegen. Ich habe ja jeden Tag manchmal ein bis zwei Videos hochgeladen. Könnte man mehr Videos hochladen? Oder sollte man bei einem Video bleiben? Oder wie findet ihr das? Oder welche Serien sollte man fischern? Also ich würde es bei GTA so lassen, also dass du jeden Tag zwei Videos rausbringst oder so. Boah, ne, ganz egal, aber das ist noch nur ein Kanal, bis man ja mit Minecraft rausbringt. Ja, genau, das haben wir auch vor. Wer ist das denn, der Grüne? Obwohl nicht, der Grüne ist immer so. Ja, zwei Folgen am Tag, ne? Eine Minecraft, eine GTA. Ja. Was du irgendwie jetzt für Videos machst, wo wir die Überlebenswelt machen. Genau, das werden wir auch auch machen. Wir werden ja natürlich das Mein Gott machen, am 1.1. Das ist ja auch richtig spannend, weil man versucht zu überleben und der gestorben ist, egal wie, ist raus natürlich. Ja, wie viele Stunden soll das dauern? Ja, das dauert doch, die ganzen Ressourcen zu fahren und so. Ja, das ist eine gute Frage, das weiß man nicht. Genauso wie Vavaro läuft das ja genauso. Ja, aber dann theoretisch den ganzen Tag, oder nicht? Also ich glaube, das wäre so ein riesengroßes Großprojekt. Also ich habe es so gehört, dass wir irgendwie jeden Tag, also erst dann ungefähr 15 Minuten, genau, das bleibt ja so. Wir nehmen immer am Sonntag auf. Am Sonntag haben wir eigentlich auch alle immer Zeit. Wir nehmen um 16 Uhr auf, um 50 Minuten, und davon teilen wir die Videos in 10 Minuten. Und dann, äh, Montags bis Freitags gibt es dann die Videos. Mhm. Dann halt... Weißt du, was aber auch spannend wird. Ah. Dann jeder, der das Video hochladen kann, kann es machen. Wer keinen YouTube-Kanal hat, oder sich aufnehmen kann, naja, egal. Ähm, Friedrich, du hast einen Punkt vergessen. So kann... So werden dann halt alle Leute in der Videobeschreibung verlinkt für das Hochladen und mit einem, ähm, Name hier halt, wie bei... Varro darf sich jeder den Namen aussuchen für... Team-Name, genau. Wir haben ja schon einen, ich mach mir ja mit Chirurmen, nä, hier mit... Butterquass. Wir heißen ja Schatzi. Achso, machen wir mit Teams? Ja, natürlich Teams. Ah, das ist ja prima. Ja, da bist du ja... Ja, okay. Also, ich bin vielleicht mit denen so... Das... Aber hier hätten wir noch nicht... Also, wenn... Äh, jemanden gut nach dem... Genau, wenn nicht jemand da ist, dann halt die, die gerade online sind. Aber bei der zweiten Woche, wenn es immer noch nicht alle tot sind, natürlich, wird, glaub ich, auch nicht sein. Wir werden eine mittel... mittelgroße Lobby machen. Eine kleine ist zu klein. Hab ich gemerkt. Tot. Neeein. Doch, aus. Oh, gut. Ja, und wenn... Noch welche am Leben sind, wird die zweite Woche noch mit aufgenommen. Halt... Eine Woche darauf, dann der Sonntag. Wieder 50 Minuten aufgenommen, bis alle tot sind. Immer sonntags. Ja, aber wer muss denn so machen, dass wir direkt in der ersten Fall tot werden? Äh... Die ersten 10 Minuten darf man nicht tot. Das ist... Okay, also hat man zu... Weil, dann können sie ja aus dem Loch rauskommen, aus dem Anfang und gleich töten. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Man soll ja schon ein bisschen Diamanten holen und dann vielleicht ein bisschen leveln, um zu sicher zu sein, dass man gewinnen kann. Ne? Mit Hölle machen wir das auch. Dass man leveln kann. Mit Hölle? Also mit A, okay. Ja. Robel hat mir gestern gesagt, er war in Neten drin, hat ein bisschen gelevelt und verzaubert und so. Und dann habe ich aber was anderes gefunden. Das Endtor habe ich gefunden. Es gibt nur ein Endtor, ne? Ja, das Endtor hat gesagt, ich habe eins gefunden, weil ich, äh, äh, Silberfische gesehen habe und ich war in der Nähe von, oder? Stimmt das so? Ja, ja. Ja. Ich glaube, mit wem Team ist, wo ich Team vielleicht mit Chris oder Renelig? Ja, auf einmal war ich im Endportal drin. Äh, in der Nähe. Aber ich bin da nicht hingegangen, sonst müsste ich gegen den Drachen kämpfen, oder? Aber Robel, wenn, äh, wenn ich keinen Teampartner habe, also habe, dann können wir zusammen Team machen, Robel. Ja, genau. Aber das ist ja mit anmelden. Und das ist nicht. Die Leute haben sich vorher angemeldet, wenn die nicht da sind, brauchen sie auch nicht mitmachen. Markieren. Das war gut. A4 ist ganz oben jetzt. Ne, noch nicht. Nichts rum. Ja, ich bin nur oben jetzt, aber ich glaube, ich bin jetzt immer noch unten. Ich glaube, ich bin... Oh, wie schlecht ich bin. Ja, ich bin auch so schlecht geworden. Ey, 20 Punkte, was war? Obwohl, glaube ich, von, äh, verlassen hat, ist ja jetzt trotzdem wieder vor mir. Ja, komisch. Okay, mach wieder. Mach GTA eingestellen. Eine Runde. So, ne? So. So, ich starte. Gut, aber können wir nicht noch sehen. Aber ich glaube, das war's, oder? Ja, auf jeden Fall verändern sich nächstes Jahr die Folgen in GTA Online. Da werde ich ja einen Twiller rausbringen. Am Samstag, am letzten Tag. Dann könnt ihr euch anschauen, dann wisst ihr, was kommen wird. Ungefähr. Ja. Ähm. Auf jeden Fall werden die Folgen anders werden. Wir werden ja... Ich hab schon... Jeden Tag kommt nur eine Folge raus und geht hier. Äh, so, dass ein Thema ist. Zum Beispiel Crash Challenge, Jagdspiel. Und das werde ich dann auch schneiden halt. So schneiden, dass unnötige Dinge raus sind. Dass manchmal weniger als 10 Minuten sind oder ein bisschen mehr als 10 Minuten. Aber zum Glück ist der Schnee weg. Ich hab mir ja auch schon aufgeschrieben, die ersten zwei Wochen, die das wir machen. Jeden Tag eine Folge. Und die Folgen nehmen wir dann komplett nur Samstag auf, natürlich. und alle hintereinander weg, dass jeden Tag dann eine Folge ist. Dann heißt es auch in jeder Folge dürft ihr dann auch sterben. Dann dürft ihr ich schreiben und dann da dürft ihr euch was aussuchen. So habt ihr mehr als die Chance alles zu tun. Ja, das könnt ihr auch machen. Ja, das könnt ihr auch machen. Ja, das könnt ihr auch machen. Wir haben hier auf jeden Fall Ich habe auf jeden Fall eine Stoppuhr. Die geht genau 50 Minuten. Und wenn... Ja. Kann mich jemand umfangen? Töten. Der da vorne. Töte mich mal. Töte mich mal. Töte mich mal. Hasten wir kein Auto? Können wir eigentlich selbst mal ein paar? Du kannst äh, Granate nehmen. Achso, ja stimmt. Ja, stimmt. Warum hast du das nicht früher gemacht? Ich musste mal warten, bis ich gut war. Stimmt. Das war dem. Das ist gut, dass man aufsteigen kann, weil so kann ich mich schneller umbringen. Oha, die sind das ja richtig gut. Oh, der Uhr war das richtig lang, oh ha. Ja. Ja, auf jeden Fall mit Stoppuhr werde ich das machen. Das ist auch gut, das markiere ich mir auch. Hey! Das weiß ich nicht, ich habe ihn mir verkackt. Ey, der Ahara, der tötet ganz schön. Schreibt ihm mal mit SMS, nicht töten. Mein persönliches oder das Wichtigste in meinen Augen wäre ja, dass die News, zum Beispiel von den Updates, dass die halt viel kürzer sind. Du hast ja nämlich immer so gestreamt nach den ganzen zwei Stunden, wenn du das noch schreiben könntest. Also auf fünf bis zehn Minuten. Ähm, habe ich jetzt nicht alles genau verstanden, wie meinst du das jetzt? Ja, die News, wenn du dann, du hast ja, ja, von den Updates zum Beispiel, dass sie dann verkürzt werden, nicht auf zwei, sondern auf fünf bis zehn Minuten. Das sind nur das Wichtigste halt. Du machst die Fahrzeuge vorstellen, zum Beispiel die ganzen Gebäude, dann noch alles, was neu dazugekommen ist und dann, und das war es dann eigentlich schon. Also nicht komplett all streamen. Ja, würde auch gehen. Das würde ich nämlich persönlich viel besser finden. Denn so News-Videos, die haben ja Potenzial, weil jeder Gamer ja irgendwie so... Ja, das könnte man nächstes Mal machen. Ja. Aber was ein Tor ist denn das? Deswegen sieht das so komisch aus. Das würde Deutschland vorlagen sein. Achso. Na ja. Ja, das ist auch eine gute Idee. Und fällt ihr euch noch... Jetzt fährt der noch immer nicht rüber. Fällt ihr euch noch was für... Mein Gott, mein Gott ein? Für irgendwelche Vogeln oder so? Also... Erste, die wir jetzt will, sie... Also Schutzzeit haben. Also... Am besten, dass wir... Machen wir es so, dass wir klauen können. Was heißt? Also wenn wir... Also wenn wir eine Basis finden, dass wir von denen, wenn die was in der Tour haben, Sachen klauen dürfen. Natürlich, natürlich. Das gehört ja dazu. Also dass wir Sachen klauen dürfen. Ja. Ja. Ach, ich glaube, wir haben geschrieben, ohne OP-Apfel war so, also diese Leuchten-Apfel, diese Golden-Apfel. Machen wir ohne Willen. Warum? Ja, doch. Du kannst sie ja nicht aufstellen. Die kann man aufstellen. Ne, der meintest du sie... Ja? Ja. Wir wussten gar nicht. Wo denn eigentlich genau? Hab ich noch nicht gesehen, dass sie es... Nee, das kann man nicht, aber... Ja, das kann man nennen. Ähm... Die wollten, ich glaube, also... Das sind ja so richtige OP-Apfel, die so eine Verzauberung sind, ne? Ja, klar kann sie nicht. Und haben wir gerade gefragt, ob wir die mit... Also dass wir die nicht benutzen. Nur die so einen normalen Gold-Apfel. Ach so. Ja, okay. Kein Problem. Ja, wieso, wenn du die Ressourcen findest, wieso sollte das denn jetzt verboten werden? Ja, wenn man die findet, dann... Dann müssen wir das halt auch machen, die anderen. Weil das ist ja Vorteil, ne? Und das Überleben eigentlich. Eigentlich ist ja alles erlaubt. Ich hätte eigentlich auch gesagt, dass wir einfach alles... Alles nehmen können, aber... Ja. Außer Glitschen, das darf man nicht. Ja, genau das. Dass wir nicht keine Glitschke mehr sind. Gibt's noch irgendwelche Spiele, die noch so interessant sind? Ich glaube, das ist mir noch gestiegen. Ach so, ich weiß nicht so. Weil diese richtig OP... Diese Leuchten-Apfel... Ich glaube, ich meine so, weil wenn man die... äh, ist, der kann mit 30 Sekunden lang nicht sterben. Ja, aber die Ressourcen sind dafür recht teuer. Ja. Warum? Was? Du brauchst ja 9x... Du brauchst ja 81 Gold, glaube ich. Ja, genau. 81 Gold. Ja, für die 81 Gold. Und wenn du die Ressourcen ja hast, dann... Ich würde es nicht verbieten. Ja, ich... Ich würde es auch nicht verbieten. Ich finde es eigentlich... Okay, aber es ist auch... fast unmöglich. Ne, oder? Ja, wirklich ist... Das ist aber eigentlich Glück. Ja. Ist ja Glück, wie viel das... Genau. Das stimmt auch wieder. Es ist möglich, wenn man... äh... eine gute Mäste dafür hat, wo wir so viele Erden sind. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich eine Welt erstelle? Sieht die eigentlich immer gleich aus, wenn ich die erstelle? Wenn... das immer... ich... äh... alles gleich erstelle, halt... einstellen? Einstellen, ähm... Oder ist das spontan in der Serie? Einstellen, ähm... Spontan. Achso. Kann immer ganz... Ja, du kennst doch diesen Seed. Kennst... Ja, stimmt. Kennst du diesen Seed, da kannst du... so Zahlen eingeben und dann... bekommst du irgendwie eine bestimmte Welt zu... Kennst du vielleicht Craft Attack? Ne. Das ist so ein... ähm... Projekt, der ähm... hat man so eine Wissenspiel für die Stadt im Mittelalter. oder auf Mittelalter, Kohle, Susanne. Äh... und ähm... da sind so richtig viele... so richtig hohe Berge, so ungefähr 200 oder 300 Blöcke hoch. Ah. Und da bauen die so Häuser. Achso. Da könnten die irgendwie so ähnlich machen, dass wir auf so eine Welt gekommen sind. Ja. Da kannst du nämlich... auf YouTube kannst du irgendwie... äh... mit hohen Bergen oder so... und dann steht da irgendwie so... es steht so ein Code für die Zahlen. Ah. Ja. Und wenn du die eingibst in die Welt, die ist... da kommt genau das Code. Dann hat man diese Welt. Ja, ja. Und meine Welt, ähm... die ich erstellt hab mit euch... die... die... Ja. Und wo wir unsere ganzen Häuser gebaut haben... hat dieses Ding auch ein Code. Hier brauch ich nur veröffentlichen den Code. das... das weiß ich jetzt nicht. Also... weil wir haben ja schon die Welt... äh... erstellt, wir konnten uns auch wieder weg keinen Ziegen machen, weil sonst werden richtig viele Häuser entfernt. Wenn man das macht. Wenn man das... wenn man... wenn man das macht... so Bergen oder so... dann werden nicht viele Häuser weggemacht... weil... dann werden... dann werden ja irgendwie so... Berge platziert... und dann sind es... manche Häuser weg... und ein paar Stücke sind oder so. Ja. Das ist ja eigentlich nur ein Code, den man veröffentlichen muss. Ja. Das kann... Das kann... dann kann ja eigentlich jeder drauf spielen. Genau so wie die Welt schon ist. Ja. Ach so funktioniert das. Also... Also hier auf der Welt einfach auf YouTube gucken... ob so... wie ich es hier gibt... einfach eingeben... dann können die einfach auf eine Welt spielen... aber... da sind nicht mehr die Leute... also ich meine... die Welt... mit denen alleine... können wir quatschen... acht Spiele... auf allgemein... die sind tausend oder so. Machen wir ein anderes mal. Habt ihr es schon geschafft? Ja, gleich. Ja. Oh, geschafft. 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 Durch Ziel. Fünfter bin ich. Was? Machen wir die Folie. Achso, Zeit läuft schon ab. Oh, ich hab's gerade so geschafft. Das Rennen war geil. Oh, da hab ich wieder was Neues gelernt. Auch so. Friedrich wollte, dass ich mal... Ähm, Messi. Ich lese gerade Messi. Ähm... Survival mach... Jetzt mach ich Survival. Und hab vieles gelernt. Jetzt, wie man was baut. Ich hab ja gestern Abend... noch mit Gravel hier ne Welt gemacht. Ich hab's ja ganz alleine gemacht. Ich hab's ja ganz alleine gemacht. Ich hab's ja ganz alleine gemacht. Aber ich vermute sich... Wie... Aber ich finde den Dampf... äh, von innen richtig gut gebaut, weil ich hab' gestern zugeschaut über Switch. Ah. Ja, das nicht wir. Danach haben wir noch ne andere Welt gemacht. Hast du eigentlich diese automatische Craften oder dieses Klassische? Das heißt? Ja, das Klassische. Ja, okay, du hast... Ah, da kann man ja verschiedene Kategorien eingeben. Da steht Klassisch, dann kommt Klai... äh, Groß, Mittel und Klein. Das meint ihr, ne? Klassisch. Nee. Hab ich nicht gemacht. Ich hab äh, Klein gemacht. Kleine Welt. Ne, ne, ne. Das ist anders. Ähm, es gibt's... Auf dem Werk, dann gibt's ja so ähm, Klassisches Craft. Also, Klassisches Craft heißt, dass du selber was bauen musst. Ähm, Häuser oder so. Es gibt hier neun... Blöcke... Was? Was, Digga? Guck mal. Äh, lol. Den Hintergrund. Ich hatte mal zusätzlich mal DINNER oder so. Genau, stimmt. DINNER. Ah, nicht Digga, DINNER. Es gibt's also, auf dem Werk, man kannst du ähm, so einstehen, dass du alles schon so vorgegeben hast. Äh, so äh, in der Werkbank. Oh, er muss sich selber craften. So meint's jetzt. Ah, das wusste ich nicht. Dass man da auch nochmal was einstehen kann. Ja. Ja. Ja, ich benutze zum Beispiel das Klassische, obwohl das jetzt, dass man sich dann ernst ändert. Weil mit dem Controller kannst du das nicht so schnell... Ja, und wenn jetzt in irgendwelchen Gefechtssituationen, dann ist das viel schneller mit dem Automatischen halt. Ich hab die ganzen chronischen Minecraft Bücher gekauft. Ich weiß aber nicht, wieso. Okay. Auch von... Ich bin nicht total un... Von Kräfter und so? Nee. Ja, ist... Baaah. Guck mal, ihr. Sehr unbelehrt. Guck mal, guck mal. Ich mach dran, hoff da mehr. Ja, es wird sicher. Ja, es wird sicher. Ja, es wird sicher. Ach, ach. Ich hab einfach mal diese Bilou Challenge gemacht. Ja, ich mag seine Videos hier. Aber schon, kommt ja nicht. Ich mag die, danke. Ja. Ich mach auch dann auch mal Videos, welche ich abonniert habe. Und ich werde hier auch, ähm, das neue Projekt auf YouTube generell... Was jetzt kommt. Ein paar Videos wurden schon gemacht, wie hier von der Newstime. Er hat hier, ähm, ein Video geschaut und dazu kommentiert. Und jemand anderes hat auch dazu kommentiert. Und immer so weiter. Sowas werde ich auch machen, das ist auch cool. So, Video anschauen und dann kommentieren. Wie hier. Jo, ich komm. Alter, ich kann nicht. Ich mach das mal, ja. Das kann ja schon wieder. Nice! Gott, weim. Ich hab das gerade schon wieder. Nice! Ach, frem, verdir! Auto einmal Motorrad hatten, ne? Man muss irgendwie noch ein Rennen machen. Wieso? Was macht er, Chris? Wollen wir noch ein spezielles Rennen machen? Ne, ganz egal. Wir können noch eins von Rockstar erstellen. Ne, wir machen eins von mir, was ich erstellt habe. Das letzte Rennen. Ja. Ja, kannst du auch machen. Ja, ja. Ja, mach mal. Als Finale. Dann lade ich die anderen Leute noch ein, die gerade da sind. Und dann muss ich aber denen sagen, die sollen nicht schummeln. Man soll schon die Container durchlaufen. Ja, klar. Das ist zwar gemacht. Ah, nicht schon wieder. Warum schaffe ich das Rennen nicht? Das dumme Rennen. Das ist doch so einfach. Sonst habe ich es auch mal geschafft. Aber ich finde das so ein schönes Projekt. Das macht so einen Spaß, mein Gott. Einfach nur zu überleben. Du darfst nicht sterben. Du darfst nicht runterfallen. Du darfst nicht auszusehen. Ein Lava fallen. Oh nein. So die Dinge, die auszusehen passieren können. Oh, wie mich gestern Abend ein, ähm, wer hat mich getötet? Mit, so ein, mit feilen Bogen. So ein Typ. Aber ich konnte nicht ausweichen. Das hatte nicht zum Kämpfen. Der geht, der kämpft ja selber. Der geht ja zurück. Und du kannst ihn nicht treffen. Meistens. Du hast ein Skelett. Ja, ein Skelett. Der weicht immer wieder aus. Ja. Wie soll ich weg? Oh, für eine kurze Zeit. Ah, ich bin vor Bakun. Bin ich denn erster? Tja. 78 Punkte. Ja, ich war nicht einmal erster. Ich war, glaube ich, nur ein oder zweimal zweiter. Das kann sein, weil du gute und schöne Rennen gefahren hast. Also sauber die Rennen. Nicht so dauernd Unfall oder nicht allerletzter. Du hast Punkte eingesammelt. Du hast nicht so viele Unfälle gebaut. Oder keine Ahnung. Irgendwas zählt da. Das weiß man nicht so wirklich. Ich hab hier die ersten drei dann nicht mitgemacht. Ja. Ja. Vielleicht hast du ja auch... Das, was fehlt, ist noch... Du bist die Rennen immer zu Ende gefangen. Jedenfalls nie beendet. Ja. Ich schon, ja, doch. Die erste, glaube ich, gemordet, ja. Ich hab dich recht geklärt. Das war du so. Ich hab' das. Ja, ich hab' das. Ja, ich hab' das. Ja, ich hab' das. Ja. Ich hab' das. Ja, ich hab' das. Ich hab' es ja auch gemeldet. Warte, ich komme! Ich hab's geschafft, wenn ich mal richtig... Ja, das hatte ich mir auch schon mal gehabt. Warte doch nicht. Ja, richtig einfach. Wow! Ich bin gegen Lateine gefahren. Nein, ey, was ist das denn heute hier? Was ist das denn für ein Dünner? Scheiß Bug! Jetzt scheiße! Irgendwie, ne? Das stört weil. Jetzt... Jetzt weiß ich, wie ich mich immer befühle. Sö, da weh, das ist mir! Sö, da weh, das ist mir... Oh, krank, krank... Du ist... ... sö... Was ist das denn? Ach, nein! Oh... die die das ist das wir müssen das ist immer wir müssen verlassen für nachher noch mal wir machen und wenn wir auch müssen danach welche überlegen ob er hat ihn erstmal überlegen das war so das ist einfach genau hinter der Wand sich versteckt hat wo ich mich plötzlich wollte nicht wer ist er du ne ich mag dir denn ich mag dich ich 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 du ich ich es ich du sie den scheiß kann ich nicht muss man nur sie das fahren weil mit dem bist du richtig schnell das ist nicht erst in den ersten Jahren wegen den Schnee ist besser gerade der Osiris ist gut im Lenken Die du nicht fahren kannst Kommt da noch irgendwas besonderes Das sind Leute drin in die Windräder Ich werde langsam ganz unten stehen Am Anfang war ich ganz oben Er scrobbelt dann ich Jetzt bin ich ganz unten Ich halte ihn nie lange durch Lulu, Meister Yoda ist auch da Ganz unten Wer ist das denn? Meister Yoda, Lulu Er zahlt 2x50€ 100€ für ein Online-Sein Glaub ich So Vorletzteren Das und dann meins noch Gut Ich mach wieder auf Wie viele Stunden? Eine wieder ein bisschen, oder? Nee, ich mach morgen Jahresrückblick Jahresrückblick Haben wir noch etwas Fällt euch noch was ein? Zu meinem Kanal Also jetzt wird noch nichts Welcher Kanal ist besser oder schlechter als meiner? Oder Welcher ist besser als ihrem ein anderer Kanal? Was denkt ihr so? Und was bringt mein Kanal mehr oder sinnvoller als einen anderen Kanal? Das kann ich jetzt nicht erklären Das kann ich jetzt nicht erklären Zum Beispiel Yankee Vielleicht besser oder schlechter Zum Beispiel Fraps oder Gamer oder Glitcher Die gar nichts machen außer Glitchen Ja 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 Zeddy 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 ist ja extrem wegen dem Glitch Das Glitch Glitch Glaube ich, ne? Und wegen den News halt Mit den Abonnenten zu sagen Ja Das verstehe ich Und Yankee hat ja Ja und Yankee hat ja das Glück Äh Dass er seinen Kanal schon früher hatte, ne? Wenn ich genau dann angefangen hätte Wo er angefangen hätte Nur weil ich in den Zeitraum Ich wollte es schon vorher machen Aber ich hatte Mein Fernseher ist derzeit nicht kurz geändert Da hatte ich ein paar Jahre kein Fernseher gehabt Da in dem wie alle scheiße waren Ich wollte auch GTA spielen Aber wo ich kein Fernseher habe Kann ich auch nicht spielen Ja 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 das ist ja der Punkt Ja Wo ich gleich ein Fernseher hatte Habe ich gleich Let's Play angefangen Wollte ja auch gleich spielen Das erste Mal nach Jahren wieder Spielt hier Ja Weil die Konkurrenz ja viel größer jetzt ist Ja Sonst hätten wir genauso gleich wie Wenn Imix und Quimix haben ja auch gleichzeitig angefangen Die machen ja genau das gleiche Und die kennen sich ja auch gegenseitig Die machen ja genau das gleiche Oder Snake und Matrix Wir haben auch Wir haben auch Aber jetzt gibt es ja andere Wollte Gamer und Fraps Die sind aktueller als die anderen beiden Weil die anderen beiden machen gar nichts mehr Über Glitches Aber es sind ganz nette Leute auf jeden Fall Jedenfalls Matrix Der ist genau so alt wie ich Ich finde den voll cool Der hat mir ja schon zweimal Spontan zugeschaut im Screen Oder nett Yenki Der ist auch ganz nett Nette Seele Ein Teil Der Liebe Oh 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 Ich hab noch geschafft als mein Sechster Oh Sechster Habe ich eigentlich beendet Das Rennen Ja oder Ja oder Ja ich war Sechster Habe ich beendet Und wieder Erster Friedrich Ich dachte du warst auf dem Ersten Ne ne kommt ja gleich Kommt ja gleich Die Liste Letzte Liste Wer hat gewonnen Wer hat gewonnen Mit Friedrich mit 100 Punkten Alles Gute Herzlichen Glückwunsch an dir Friedrich Und dann an A4 B4 Zweiter Und Krovel der Dritte Ja und ich bin leider auf dem sechsten Platz Irgendwo in der Mitte Unberechtigt Ja genau Und Alle ist unberechtigt Friedrich hat gewonnen Ja Und ein Rennen Ein spezielles Rennen Kommt Jetzt Ja das leicht für mich selbst So ich lade mal kurz alle ein Die noch da sind Ja Jetzt können sie reinkommen Und noch alle Noch mal für das letzte Rennen Ja ich bin schwäger Aber mir sind voll nicht angelegt Zu besitzen Alter Den auch noch Ne den nicht Der spielt gerade nicht mit Wer noch GTA 5 leer Ne der ist nicht gerade da Ehm 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 Motokos Ehm Ehm Wer denn zuerst da ist Halt In einer Party Ehm 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 Wer noch Männlich Ne der ist gerade Er spielt kein GTA Er kommt später wieder Ok Jetzt kommt schon alle Läuft So Jerome ist der Erste Hallo Jerome Ciao Hallo Hallo Lulu Hallo Meister Yoda Hallo 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 Rennen Stuntrennen Eine Reden die nicht alle Warte mal Habe ich jemanden gestummt Ne Sieben Einer noch Hallo Na wie gehts dir Wurscht Wir nehmen gerade auf, alle hört man auch. Wir haben einen Jahresrückblick gemacht. Das Video lade ich auch gleich hoch. Hallo YouTube! Ungeschnitten? Ungeschnitten? Hehe. Weil es würde zu lange dauern. Ungespielt. Ja, das weiß ich schon. Hat nur gefragt. So. Einladen. Einladen. Ausstieg nenne ich das einfach. Scheißegal. Ach, wie er das rennt? Und diesmal, Leute, nicht schummeln. Nur den gerade Ausweg nehmen und durch die Container, nicht auf die Container, in die Container laufen. Und versucht nicht andere zu töten. Auf die Container war es auch richtig dumm. Ja, ohne zu töten, ne? Ohne zu töten. Ohne zu töten. Ich mach mit Ausstieg, weil man mal aussteigen muss, aber nicht töten, Leute. So, wer muss denn eigentlich noch in der Party hier? Ey, da ist einer, den wir nicht kennen. Boyoni. 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 Ja. Der wird perfekt. Und dieser Ladio geht auch so zu uns. Schreibt mal jemand, aha, er soll in der Party kommen. Kannst du auf 5 machen? Äh. Äh. Aber der hat mich von angestiegen. Guck mal. Ich stelle ihn kurz an. Ich schloss ihn. Ach, wer ist der da? Genau, jetzt wollte ich mich anstellen. Wo war der denn? Wo war der denn? Angesehen der Spieler? Schüro, Ladio, raus. Ich kenne mich. Dann so diesen Bogen, Jan, 5 und 5. Immer diese Spieler, die nicht in der Crew sind, ne? Ich bin auch grad nicht in der Crew, Alter. Wiss, ich kann ihn nicht mehr anziehen. Ich kann ihn nicht mehr anziehen. Ich kann ihn nicht mehr anziehen. Stauber, sag ich da rein. Und das Festkammer oder Ego-Perspektiv eingestellt. Ja, stimmt. Ja, das ist doch toll. Kannst du es auch stellen? Nein. Aus. Und dann noch dieser Kau. Aus. Ja, und dann noch dieser Lofis. Ja, jetzt können wir starten. Ähm. Aha. Schreibt mal jemand Ihnen, dass er eine Part... Ja, schon drüller. Ja, schon drüller. Sind schon acht Leute. Ja, jetzt sind sie. Ja, es war's. Hallo, aha. Wie geht's dir? Alles gut? Wir nehmen hier gerade auf. Die Folge kommt auch gleich hoch. Ja, wir sind. Oh, oh, was ist denn los? Was ist... Hier, guck mal. Ist hier gerade ein Auto reingefahren? Bei den Zuschauern. Oh. Guck mal, wie die wieder hochfliegen, die Autos. Wiiiiiii. Ja, was? Ich glaube alle... Ach, glaube ich... Achso, ich glaube, ich muss ja weg kurz. So, bitte nicht töten. Äh, und immer geradeaus. Immer den Weg lang und später die Container entlang. Laufen nicht auf die Container, in die Container. Und, äh, nicht schummeln. Sich außen rum fahren oder so. Immer geradeaus. Ich bin ein wenig schütteln, Alter. ... ich bekomme von irgendwo einem wenig Schürtel, Alter. Ich flieg so weit weg. Ja, hier bin ich schon. Es war es nicht. Ja, mir ist irgendjemanden reingefahren. Dann habe ich Affe weggerammt. Ja... Ich bin durch... Der Arme. Ich hab's nicht im Haus da gelandet. Jetzt komm. Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's! Ich schaff's, ich schaff's, ja. So ein Leben. Nein! Was? Nein! Haha, ich bin mit Schimili mit da gelandet. Ich bin mit einer Minecraft? Ja, gleich, genau. Ich hab' den Schuttle, ich hab' den Schuttle! Dann bin ich geblieben, alles klar. Boah, die NPCs. Dann würde ich gern wieder mitmachen. Der NPC fliegt hier hoch. Der NPC fliegt hier hoch. Wir machen überlebenswert, ne? Ja, später wieder. Besonders, äh, den Damm, den haben wir jetzt verbessert. Hab' ihr jetzt schon gesehen? Hab' ich gesehen. Richtig krass sieht der da aus. Ja! Ja, ist so. Die werden warm gemacht. Keine Ahnung, im realen Leben. Weiß nicht, dass da irgendwie Wasser geprobt wird oder so. Ja. Wie lange schau' man dann? Wie weit geht's denn nach oben? Sehr weit. Ja, ich bin schon durch. Eine Stunde, keine Ahnung, kam' wir nach oben. Ja, ich bin schon durch. Boah. Du musst mal ein bisschen schneller fahren. Ja, Kollege. Ja, ich hab auch so mal umgetutens in Tourne genommen. Wir können ja noch ein bisschen reden über meinen Kanal. Wir machen ja einen Jahresrückblick hier. Und was findet ihr denn noch am besten? Aha. Oh Gott, Alter. Das ist echt spannend, ey. Der Plan, ähm. Irgendwie fällt nichts an. Oder was findest du am besten, was du gesehen hast? Dann bist du. Ich fand die GTA voll mir witzig. Ja, die waren richtig klasse, ja. Ja, die haben schon eine Menge drüber geredet. Ja, die waren toll. Die, die, die... Das ist gut für alle. Ja. Und die Story generell, weil alle Teile... Alle drei Teile sind... Da kommen ja noch mehr Teile. Die enthalten ja eine richtige Story über Bakula. Die er lebt. Und wie er seitlich super Kraft einsetzt und so. Ja, was ist das? Bakula, er lebt. Bro. Und Quiz. Was denkst du denn so? Cool. Sorry. Nochmal? Ich hab, ich hab... Ich find die Projekte ganz cool, muss ich mal sagen. Welche Projekte denn alles? Naja, allgemein find ich eigentlich ganz cool. Ich hab... Mein Gott und so, dann... GTA sowieso. Das werd ich immer machen. Immer regelmäßig machen. Ich hab bis jetzt auch kein Video ausgelassen. Einen Tag. Und dann haben wir uns jetzt ein bis zwei Videos gebracht. Und dann haben wir uns jetzt ein bis zwei Videos gebracht. Dafür streamst du ja auch jeden Tag. Äh, jeden Samstag. Außer wenn er krank ist. Auf... Genau. Aufnehmen tu ich ja auch. Regelmäßig für euch. Jeden Samstag. Für jeden Tag. Dass ihr jeden Tag Freunden habt. Ich bin ja nicht so wie ein anderer YouTuber. Die dann sagen... Äh... Die nehmen dann auf. Aber nicht... Sagen nicht Bescheid im... Äh... Video. Dass, äh... Dass ich online bin. Du wirst nicht kicken. Wie zum Beispiel... Yanky. Yanky der sagt... Ja... Im News Video. Dass ich aufnehme. Dann oder dann. Wann. Und welche Zeit. Dann kann man auch da sein. Das mache ich ja auch. Wie manche YouTuber. Die machen das nicht. Dann lässt man auch nicht wann... Die aufnehmen. Und... Dann will man auch gerne dabei sein. Aber das ist auch schon ziemlich gut. Ne Chris? Ich bin durch. Wen haben wir denn noch neu in der Party gerade reingekommen? Wer ist da noch? Lulu. Meister Yoda. Kann er reden glaube ich? Jetzt gerade? Ne ne? Ja. Ja doch kann er. Wo denn? Hallo? Ja höchstwahrscheinlich gleich. Ach so gleich wieder. Jerome ist auch noch da. Der kann glaube ich auch reden. Äh... Hi. Wen haben wir da gerade? Nein. 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 Äh... Die beiden reden... Ich habe es nämlich fast... Ich habs... Ich habe es fast geschafft. Ihr müsst mit Waffe... Und Chris bin der gefallen, Alter. Ihr müsst mit Waffe... Wenn ihr da nicht durchkommt so schräg laufen. Und ducken und sowas. Ich bin irgendwie am Anfang direkt rausgewirbt. Das ist ein Teil und dann... Oh ja. Das kann passieren. Ich habe es anders gemacht. Oben ist eine Lücke. Ich bin da hochgesprungen und wieder runtergegangen. Bis auf diese andere, wie heißt diese, Boxer, wie es heißt. Ach so. Ja, das kann mal passieren. Weil da oben ist eine Lücke. Das sind zwei Lücken, wo man durchkommt. Also nicht mit Absicht. Ich bin jetzt im Bus drunter. Ich bin bei dem Bus. Und wenn ihr da runter springt, springt vorsichtig runter, sonst stebt ihr. Durchs Ziel springt. Heißt nur mit dem Auto. Äh, äh. Ja, nicht mit dem Auto zu Fuß. Ich bin auf dem Fall. Guck mal. Oh, was ist hier? Das ist so wahrscheinlich, wieso hast du da irgendwie nicht so ein Checkpoint gemacht oder so? Das ist irgendwie ein bisschen kacke. Das geht nicht. Mit dem Auto kann, äh, wenn das, im Editor kannst du nicht aufsteigen. Und dann den Parcours durchlaufen. Darum musst du dich so einen Schummel, Schummel, Parcours machen. Ja, wenn du. Was man dann auch überdurchkommt. Woll irgendwie eine Plattform machen. Dass du dich da hinsponsorst oder so und dann. Man muss einfach durchrollen. Und manche Container, in manchen Türen. Und du hast nicht gemacht, dass es irgendwie Motorrad drin ist. Äh. Nee, dann kommst du bei Nunchi Türen nicht durch. Das ist ein bisschen kompliziert. Durch den Bus kommst du auch nicht durch. Nö, ich meine, äh. Äh, man könnte doch mal gut mit Fallschirmen shooten, oder? Äh, hast du einen Fallschirm? Nee, lieber nicht. Lieber durch den Container. Lieber Spaß haben. Das ist aufregend. Also, wir müssen mal so, wir müssen mal genau so eins machen, aber, äh, also genau sowas, aber irgendwo dann am Ende Fallschirm platzieren, dass man es nehmen muss, darunter springen und dann genau so sich hier reinfliegen muss. Alter, dann musst du ja wieder ein Last-Team-Standing draus machen. Ja, dann musst du ihn Last-Team-Standing. Weil du kannst ja im Editor beim Rennen nicht einen Fallschirm platzieren. So was ist es. Soll ich auf euch warten, oder, oder soll ich reinspringen? Äh, spring einfach rein, wenn du dich schaust. Vielleicht musst du noch mal machen, weil du daneben triffst. Nee. Und ob ich es geschafft habe. Ich stehe die gesamte Zeit runter, Alter. Oh! Oh! Das war knapp. Das war knapp. Manchmal muss man die Waffe benutzen, um durchzukommen. Mhm. So. Mhm. Mhm. Die Waffe gar nicht so gut. Ist auch gleich geschafft, Barco, ne? Ja. Nur noch geradeaus. Ich bin verdammt, ich fall die Gesamtzeit runter. Mal vorsichtig. Ich war kurz vor Ende. So, komm, das schaffen wir auch noch. Ego-Sicht ist eigentlich gut. Oder war ein Lock? Da war ein Lock. Wir springen mit Ego-Sicht runter. Gute Sicht. Da komm ich nicht durch. Oh, fuck. So, ja. Ego so ein Ego-Sicht. Wie so ein Ego-Sicht. Ich bin so ein Ego-Sicht, ja. Vielleicht. So, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Eben du, ey. So, ist jemand hinter mir? Nee. Okay. Alter, jetzt sind wir ziemlich weit hinten. So, Friedrich. Meinst du, schaffe ich das? Den Sprung? Ich stehe genau an der Kante. Ja, du musst, du musst. Ja. Ganz langsam rein. Meinst du? Nein. 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 Ja, ich fall genau richtig. Ja. Nein. Gestorben. Nein. Letzten Meter, ey. Letzten Meter. Und nochmal. Ähm. Wer ist das da? Ob du musst? Nein. Das ist schade. Ich weiß nicht, ob du Christ es geschafft hast. Er hat es geschafft. Er ging. Äh, irgendwie. Obwohl ich ihn nicht gesehen habe, ein Bett geschummelt. Ich bin unterquartig, falschen Bezündung. Ah, das ist schon mal. Schau zu, grobe. Er soll ich sterben oder was? Ich schaffe schon nicht genommen. Ich schaffe gleich, ich schaffe es nicht, vielleicht bei der Drohse, oder was es ist. Na ja, bei den Räumen. Okay. Warum wirft mir Charakter gerade so jetzt? Ich spieke, Fick, Ulka. Ich glaube, ich hoffe es wäre da, oder? Ja, ich hoffe es wäre da. Da ist der Schicht dazu. So. Ah, ja. Das schaffen jetzt. Nein. Komm, jetzt geh doch da durch, du fester Charakter. Nein. Was denn? Wo bist du gestorben? Ich bin immer daneben geflogen. Daneben geflogen. Scheiße. Akura, mein Charakter ist zu fett. Ja? Wirklich? Was hast du denn alles gegessen? Zu viel Begel? Ich bin der Wasser. Nein, zu viel Pisswasser. Ach so, ja. ist langweilig warte 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 ich muss da die noch nicht langweilig ich war schon alles bei den bussen ich bin glaube ich kurz davor ich mache mir was zu essen muss gleich wo ist wasser ich bin er wird zu fett geworden oh man kann ja machen für halt um abo spezial es war schweckt gut es gut ist der stadt das plan wnie ist nicht wohl er liebender sollte aus Ich hänge fest. Wieso packe ich mich da ab, Walter? Ach, jetzt. Ach, ist er schneller geworden? Guck mal, der rennt schneller. Ja, cool. Geil. Oh, krass, ey. Krass. Der rennt schneller. Guck mal. Haben die, der steht jetzt... Kann haben die auch. Man muss ganz schnell drücken, dann, und nach vorne drücken. Dann rennt der schneller. Ja. Ja, ach, nee. Nee, nee, der rennt noch schneller als uns, wenn man das schneller macht. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass es manchmal, das liegt, glaube ich, manchmal in der Schräge da, im Container. Ach, stimmt. Das ist, weil das so steuer unten geht. Ja, auch. Schräg unten, nach unten. Das sieht so aus, als ob der irgendwie Piss, also Energy getrunken. Ich weiß gar nicht, wie der heißt hier in... Der rennt so komisch, der rennt wirklich so komisch, dass er die Hände so vorne nach hinten, nach vorne nach hinten. Jetzt wird fett der Energy getrunken, Alter. Ja, aber so besoffen ist. Zum Beispiel wie Bacorra. Ja, wie will ich? Natürlich! Achorra, ich trinke gerne. Nein! 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 Achorra, das berühmte Alkoholiker. Achorra, das berühmte Alkoholiker. Achorra, das berühmte Alkoholiker. Ah, nee. Ja, er ist weg. Hey. Ich bin von Meister Yoda bei diesem Solo. Ich bin von Meister Yoda bei diesem Solo. Ich seh ihn genau hinter mir. Ey, mein vor mir. Ich bin wieder da, hier. Das ist ein weiter Weg. Autsch. Das hat weh. Mit der Waffe seid ihr viel schneller, finde ich. Wenn ihr irgendwie... Okay. Kann ich zuerst, weil ich weiß, wie es geht. Ja, lass ihn. Lass ihn auf hier. Komm, du musst hier zuerst... Erstspieler an die Seite gucken und dann eine Rolle machen. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Ja, ich war gedummt. Warte. Vorhin in diesen hässlichen Ränder, also in den Jahren, irgendwie, Jahr 2016 Ränder, die gesamte Zeit, wenn ich respawned bin, habe ich, hatte ich kein Auto, da muss ich mich, da muss ich mich einmal umbringen, da hat sich wieder ein Auto. Einfach Haftbomben und zählen, dann bist du tot, dann hast du es. Ich hatte keine Haftbomben mehr, da muss ich mich immer mit einer Granate umbringen. Mit einem Raketenhelfer. Das ist irgendwie so ein Bug durch, das Update. Genau, da komme ich auch nicht durch, Alter, dafür bin ich zufrieden aus hier. Ich habe mich noch nicht in die Richtung koppelange wollen. In die Richtung koppelange wollen. Ich bin nicht in die Richtung koppelange wollen. Lass mich nur gut probieren, danke. Du musst also rauspringen auf diese Zelle. Nein, ich bin nicht in die Richtung koppelange wollen. ich bin durch ich habe einfach nichts ich glaube ich nehme auch ein Wettbefeuer leuchtet gegen links bei ich bin auch das nicht drauf gekommen ja weil der Wettbewerb wenn du irgendwie hier abschießt sind wir mit Internet so macht macht kaum Schaden aber wenn man auch in der Haut ja gut und dann vertreten du brauchst das müssen in uns nun muss man sich anstelle X drücken nach vorne drücken und hier schon weiter und bis zu den Wettbewerb sich schnell durch gut wenn doch nicht hier unterstehen ich bin rausgefallen aus dem hässlichen Busalter nein ich möchte ich nicht mehr so gut schlägt zu können aber jetzt einfach schon 16 minuten 17 ja fliege ich nur sieben minuten so kristin jetzt scharbe ich habe mir weh komm bei weg bus wo bist du ich komme weg guck mal zu ich schaff's jetzt besprochen ich habe mich geschaffen geschaffen muss der kurze doch was ist immer noch nicht er mit dem bus mehr zum rand ich habe gedacht wie schon wieder wo genau in der Gegend gesteuert an der Wand wieder runter springen ich bin letztes mal nicht an mir waren ich bin letztes mal gleich einfach man ja spring links runter mit dem auto und dann fahr auf den berg kann man sich nicht was erschicken oder so ja nein nicht schon wieder ey krass ok wir beenden es heute hier sprich und das war's meine lieben zuschauer danke dass ihr eingeschaltet habt und ihr dürft noch alle tschüss sagen tschüss leute tschüss 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 нить